und da sind wir auch schon wieder heute da coinpot immer noch down ist habe ich mir noch ein bisschen umgeschaut nach neuen zeiten geschaut da ist mir jetzt noch eine seite aufgefallen man muss zwar geld investieren also ist man muss schon was vorhanden haben aber wenn man da was macht dann lohnt es sich wirklich die seite nennt sich bit sequenz ich verlinke euch auch mal in der beschreibung also man kriegt hier drei prozent täglich für immer egal was man einzahlt man kriegt drei prozent zum beispiel man zahlt jetzt minimum sind zehn euro zahlt zehn euro ein geknall nach 24 stunden hat man 30 cent mehr nach einer woche hat man zwei dollar zehn meine ich nach neun nach einem monat hat man neun dollar man hat überhaupt nichts gemacht man das geld nur angelegt und kann sofort wieder rausholen und das ist unbeschränkte laufzeit tägliche gutschriften auszahlung sieben tage in der woche unlimitierte einnahmen also man kann so lang drin lassen wie man will man bekommt immer was also das lohnt sich wirklich und dann gibt es auch noch so einen team bonus also wenn wir jetzt als team was macht also wenn wir zum beispiel mit dem link wo man sich anmeldet gibt es dann noch mal extra was wie viel weiß ich jetzt allerdings nicht ja dann können wir uns auch noch mal das frage antwort ding anschauen also man meldet sich halt einfach an was ist die bit sequenz group limited es ist eine gesellschaft mit beschränkter haftung die im vereinigten königreich unter der kompaniehaus nummer registriert ist also es ist schon mal seriös sie sind eine junge start-up firma und ja also drei prozent für welche wollte nicht selbstständig handeln wollen also man macht keinen verlust man macht nur gewinn man kann sie jedes mal auszahlen es gibt kein auszahlungs limit ein zahlungs limit sind 10 dollar da zum beispiel man kann so viele da so viele die posen ab 10 dollar machen wie man möchte und jedes erwirtschaftet 3 täglich so lange sie bestehen ja also ich denke mal die haben gerade ist angefangen das hat noch lange bestehen also jeden tag zur vollen stunde wird es gut geschrieben je nachdem um welche uhrzeit man das paket jetzt gekauft hat der extra bonus also ich werde es auch so machen ich werde wenn einer was ein zahlt den bonus werde ich sobald ich ihn habe ich werde ihn zurückzahlen da schreibt ihm da einfach mal in die kommentare euren namen mit dem ihr euch angemeldet habt sehe ich ja dann und dann noch eure wallet je nachdem halt was ihr da gemacht habt ja also es kann sich einfach nur lohnen also man meldet sich einfach nur an bestätigt dann sein konto und dann landet man hier also es unterstützt einiges habe ich gesehen man kann jetzt hier noch mal schauen minimum halt 10 dollar man kann es mit perfekt money machen mit mit evcash pay bitcoin iserum litecoin ripple dash dash ist es heute dazugekommen glaube ich ja dash ist heute dazugekommen wallet transfer sind am 23 dezember dazugekommen ripple am 21 dezember also ich denke da wird in zukunft noch viel mehr kommen also so schnell machen die nicht dicht also also man kann da einfach nur gewinn machen also am besten meldet ihr euch an könnt erstmal mit 10 dollar probieren ist kein großer verlust also und dann können wir ja mal schauen wohin das wird ich werde jetzt demnächst auch hier mal was einzahlen und dann werden wir schon schauen wohin das führt das war's war nur so ein kleines info video noch als mir gerade so aufgefallen ist wir sehen uns dann morgen wieder und fröhliches meinen furchtate ab 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 Vielen Dank.